hallo und willkommen zu diesem capstone video wir sollen diesen term so weit wie möglich einfachen nachdem wir aus multipliziert haben vorsicht wir haben es hier wieder mit zwei klammer ausdrücken zu tun also jeden term der linken klammer mit jedem term der rechten klammer ich beginne mit 1 aus der linken klammer und multipliziere diesen einsatz also mit jedem term der rechten klammer ich erhalte also einmal 1 1 1 x x x x quadrat ist x quadrat dann multipliziere ich jeden term der rechten klammer mit vorsicht minus x also den ersten den zweiten und den dritten term minus x mal 1 ist klarerweise minus x minus x mal plus x ergibt minus x mal x oder x quadrat minus x mal plus x quadrat ergibt wieder minus und zwar x hoch 3 x mal x hoch 2 ergibt x hoch 3 wenn wir nun noch vereinfachen so zählen wir alle termen mit gleichen potenzen zusammen 1 kommt als einzige zahl vor also haben wir weiterhin 1 im ergebnis im vereinfachten stehen x haben wir an dieser stelle minus x haben wir an dieser stelle das heißt diese beiden heben sich auf x quadrat plus x quadrat minus x quadrat das heißt auch diese beiden terme heben sich gegenseitig auf und als einziger term neben dem 1 bleibt also noch x hoch minus x hoch 3 also lautet das vereinfachte ergebnis nach dem ausmultiplizieren 1 minus x hoch 3 und damit haben wir das beispiel auch schon wieder fertig gelöst so 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 so